Wir von der BGE Lobby rufen nicht nach Veränderungen, sondern machen sie einfach selbst. Alle Menschen auf dieser Welt haben das Recht, die Ressourcen unseres Heimatplaneten zur Absicherung ihrer eigenen Existenz zu nutzen. Alle anderen Tiere tun dies ebenfalls. Wir sind für ein Grundeinkommen für alle, weil das bedingungslose Grundeinkommen die moderne Umsetzung des Grundrechts auf die Absicherung der eigenen Existenz ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017